Oh, Disciples, Praxistools für geistige Fitness. Keine Angst, ihr seid heute nicht im Trainingsprogramm gelandet und habt eure Jogging-Sachen leider zu Hause vergessen. Nein, wir sind heute in einem geistigen, spirituellen Training, auch ohne Jogging-Sache. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, es geht um eine gesunde Einstellung, optimistisch, nicht ängstlich in die Zukunft zu gucken. In dem Videobeitrag, was wir gesehen haben, haben wir gesehen, wohin Ängste uns führen können. Magersucht, Tablettenabhängigkeit, Ängste haben sie in eine Depression geführt. Aber, aber und aber und aber und aber und aber und aber. Sie wurde durch Jesus frei. Halleluja. Sie wurde durch Jesus frei, austherapiert, ohne Heilungsmöglichkeit und Gott hat eingegriffen. Heute ist dieses junge Mädchen unterwegs mit Gott und ist froh in ihrem Leben, frei von all diesen Dingen. Deswegen, was sie gesagt hat, sie ist Schritte gegangen. Heute wollen wir uns über diese Schritte unterhalten. Wollen wir uns über diese Praxistools, die uns helfen, auf diesem Weg mit Jesus in diese Freiheit zu kommen. Heute wollen wir uns diese Schritte anschauen. Das erste, das Wort Disciples. Es bedeutet, kommt aus dem Englischen, Jünger oder Schüler. Nachfolger. Und so ist es. Das erste Praxistool ist quasi, wir folgen den Lehren von Jesus. Wir folgen ihm nach. Wir folgen seiner Philosophie, seiner Lebensideologie, seiner Philosophie. Das, was er uns gegeben hat, wie wir es bei den Mädchen gesehen haben, was zu dem Ziel führt, dass wir geistig fit sind. Und dadurch sind wir leistungsfähig. Wir können unser Leben und das Leben von anderen Menschen gestalten. Wir können in diese Welt einwirken. Und unser Leben hat eine Auswirkung. Das ist so entscheidend. Noch mal zu den Praxistools. Die generellen vier Praxistools in Apostelgeschichte 2, Vers 42 stehen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes. Teilen von Essen bedeutet es. Wir werden es in diesen Tagen mehr und mehr erleben, dass wir von unserem Wohlstand teilen müssen. In diese Welt. Und in den Gebeten. Es sind die sogenannten vier Säulen. Die Gebete haben wir schon bei den Mädchen gehört. Sie hat sich zu Gott gewandt. Und ihre Gebete, letztendlich sind sie erhört worden. Sehen wir uns noch weitere Tools an. Das erste Praxistool, was ich wirklich uns heute so an Befehlen erklären, wirklich schmackhaft machen möchte. So möchte ich es gestalten. Schmackhaft. Heißt Gestalte. Gestalte. Ist das erste Praxistool. Gestalte. Was meine ich damit? Du bist kein Gefangener der Umstände, sondern du kannst die Umstände gestalten. Das ist der Unterschied. Das heißt, du kannst dich, andere, alle kannst du verändern. Es muss nicht so bleiben in der Situation, wo du bist. Und der entscheidende Bibelferst dazu. So beginnt es. Zweiter Korinther 5, Vers 17. Daher ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Hier ist genau dieser Vers. Gestalte. Gott hat gestaltet. Er hat geschaffen, wo Dinge nicht waren. Hat er Neues geschaffen. Und er hat uns dasselbe gegeben. In unser Leben. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, können wir unser Leben neu gestalten. Und dadurch gestalten wir die Umgebung neu. Und wir gestalten andere Menschen neu. Wir haben eine Auswirkung. Das ist dieser Vers. Deswegen das erste Tool ist Gestaltung. Und ich möchte zwei Beispiele nehmen. Es gibt viele Beispiele in der Bibel. In der Geschichte des Christentums. Sie haben durch das Evangelium, durch die Vergebung und durch die Liebe, die in dem Evangelium drin ist, haben sie Zeitalter geprägt. Ganze Zeitalter. Sie haben, Menschen haben neu ihre Würde erlangt, die keine Würde mehr hatten. Sie haben neu Würde dadurch erlangt in ihrem Leben. Und diese neue Würde hat ganze Völker geprägt. Einzelne Menschen. Zwei bekannte Persönlichkeiten. Petrus und Paulus sind die besten Beispiele. Petrus und Paulus. Gott beruft sie. Er befähigt sie, dass sie ihre jüdische und römische Umgebung, also das Weltreich, beeinflussen. Neu gestalten. Petrus, ein einfacher Fischer. Was hat er gelernt? Die Angel und die Netze werfen. Ist er ausgerüstet worden für diese Berufung, für diesen Job? Nein, ist er nicht. Da waren andere Leute aktiv am Start. Die Pharisäer und die Gelehrten. Aber Gott hat sich Petrus geschnappt. Den Fischer. Und hat gesagt, ich mach dich. So eine Menschenfischer. Ah, fischen konnte er ja. Jetzt sollte er statt Fische Menschen fischen. Damit hat er eine Brücke gehabt und schon ging es los. Und er, er wurde der erste Leiter der Kirche. Er war der Leiter dieser ersten Kirche. Er ist vorangegangen. Er ist aufgestanden. Er hat das Wort erhoben. Er hat gepredigt. Er war der Fels, wie Jesus zu ihm gesagt hat. Du wirst der Felsen sein, auf dem ich meine Kirche baue. Paulus, der zweite Geselle. Was war denn das für einer? Er verfolgte die Kirche. Er ließ die Christen steinigen, auf gut Deutsch ermorden. Er war völlig daneben. Und auch er bekommt ein neues Leben, so wie es in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt. Er wird neu. Er gestaltet sich neu, sein eigenes Leben und er gestaltet damit seine anderen. Und wenn wir anschauen, Paulus, er hat ein Drittel, ein Viertel, kommt auch an, wie man zählt, des Neuen Testamentes geschrieben. Das ganze Neue Testament wurde von ihm faktisch zu einem großen Teil uns hinterlassen. Er gestaltete die Kirche im Römischen Reich mittendrin. Wo doch da der Kaiser Gott ist, predigt er einen anderen Gott. Dass die nicht froh waren mit ihm, ist ja logisch. Und schauen wir es uns wirklich an, was bedeutet das? Der erste Fischer wird Papst und der erste Verfolger der Christen wird ein absoluter Nachfolger. Ein Disciple. So, Gestalte. Das klingt ja erstmal toll. Aber das klappt nicht, wenn du krank, behindert, in Armut lebst oder Krieg dein Leben beeinflusst. Wie schaut es denn dann aus mit dem Gestalten? Klappt das dann? Oder wenn du sexuell missbraucht wirst? Oder schwierigste Lebensumstände? Wir hören das doch den ganzen Tag. Wie können diese Menschen ihr Leben neu gestalten? Wenn du heute die Nachrichten anmachst, kannst du dich nicht erwehren von diesen schlechten Nachrichten. Wir alle wissen schon darüber Bescheid. In der Schule wird schon darüber gelehrt. Es ist dramatisch, in welcher Zeit wir leben. So, können wir dann neu gestalten? Das wäre die Frage. Ja, denn die Kraft für dieses neue Leben kommt nicht aus dir selber. Sie kommt nicht aus den Umständen. Sie kommt aus dem Evangelium, diese Kraft. Das ist entscheidend. Du musst sie nicht haben, du brauchst sie nicht haben, du kannst sie nicht haben. Die Kraft kommt aus dem Evangelium, aus der Vergebung Jesu Christi, die Kraft des Evangeliums. Und ein Beispiel noch von uns. Wir haben einen Behindertensohn. Ja, da sagen manche, mein Gott, unser Leben ist beendet worden. Und wir sind mit diesem Behindertensohn erst mal nach Afrika sechs Jahre gegangen, haben dort gestaltet. Das ist für manche unvorstellbar gewesen. Es geht. Weil die Kraft kommt aus dem Evangelium, dass du die Dinge bewältigen kannst. Zwei Bibelstellen dazu, oder eine Epheser 3,16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, an dem inneren Menschen. Also die Kraft des Evangeliums stärkt unseren inneren Menschen, sodass du plötzlich zu Taten fähig bist, die du so nicht hinkriegen würdest. Die du nicht alleine schaffst, aus deiner eigenen Kraft. Dem aber, der alles hinaus zu tun vermag, in Vers 20, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Es gibt also eine Kraft, die in uns wirkt, die das Neue hervorbringt, die uns gestaltet und das Leben um uns herum gestaltet. Deswegen ist die Aussage, gestalte das erste Tool. Gestalte dein Leben und lass dich nicht von den Umständen gestalten. Sondern gestalte du die Umstände durch die Kraft Gottes. Das ist so ein entscheidendes Tool, ich kann es nur anempfehlen. Und damit kommen wir sofort zu dem Tool 2. Tool 2. Praxis. Es muss sich auswirken. Praxis. Es ist nicht die Arztpraxis gemeint, sondern es ist die Praxis gemeint, dass du in der praktischen Seite aktiv bist. Trau dich was, möchte ich sagen. Noch besser. Trau dich was. Und zwar trau dich, das auszuprobieren, was Jesus sagt. Auch wenn du denkst, wow, das kann eigentlich gar nicht sein. Und ich sage dir eins, du wirst erstaunt sein, wie Gott zu seinem Wort steht. Wie er es bestätigt, wenn du dich traust. Jakobus 1, Vers 22 heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Weil wir hören den ganzen Tag, man soll das nicht machen oder man soll dieses tun. Und dann machen wir es am Schluss alles nicht. Ja, dann habe ich gut gehört, aber nichts getan. Und dann werde ich auch nichts erleben. Das ist der Punkt. Ich werde es nicht erleben, wenn ich es nicht getan habe. Beispiel. Ich möchte heute viele Praxisbeispiele geben. Meine Frau. Sie wollte in die Mission gehen. Frisch bekehrt. Und das war ihr so vor ihrem inneren Auge gestanden. Und frisch zum Christentum konvertiert. Und dann hat sie gedacht, ja, ich tue das. Und da hört sie den Missionsbefehl, den sogenannten aus Markus 16, Vers 15. Und Jesus sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und meine Frau ist ein Praktiker. Wenn dort steht, geht, dann geht sie. Da bleibt sie nicht stehen. Nein, sie ist gegangen. Sie ist gegangen und da hat sie sich auf den Weg gemacht. Und weil sie eine vernünftige Frau ist, hat sie, ist sie nicht einfach in irgendeinem Land da mit so einem kleinen Paddelboot los und hat da versucht, jemanden zu erreichen. Nein, das hat sie nicht gemacht. Sondern sie ist in eine Bibelschule gegangen und hat gedacht, ich rüste mich zu. Ich mache eine Ausbildung. Ich mache das richtig. Ich will das erreichen. Deswegen ist sie dorthin. Und dort tatsächlich hatte sie Einsätze in die verschiedenen Länder gemacht. Unter anderem in Afghanistan. Das war schon damals gefährlich. Nicht nur jetzt. Und so hat sie sich entschlossen, dort in einem Flüchtlingscamp mitzuarbeiten. Und, naja, ein Flüchtlingskampf für Frauen. Aber kurz gesagt, um die Geschichte zu beenden, wir hatten uns auf dieser Bibelschule getroffen. Ich war auch dort in einem Seminar. Wow, da hat es gefunkt. Und ein halberes Jahr später waren wir verheiratet. Da hat es richtig gefunkt. Und dann, auf jeden Fall, ist sie nicht nach Afghanistan, weil ich wäre da nie hingegangen. Kalaschnikows und so. Also das ist überhaupt nicht so mein Ding. Sondern wir sind dann nach Afrika gegangen. Und dort haben wir unser Straßenkinderprojekt gegründet. Perspektive Senegal. Was wir heute noch haben. Sie ist in die Mission gegangen. Weil sie Schritte gegangen ist. Sie ist gegangen. Das ist sehr entwichtig. Und deswegen ist Praxis das Tool, das Gehörte, auch umzusetzen. Schritte zu gehen. Sonst kommst du nie dorthin. Wir wären wahrscheinlich nie verheiratet, weil wir uns nie getroffen hätten. Bin glücklich mit meiner Frau. Mit dir, Schatz. Und wenn du das tust, dann wächst du an Erfahrung. Dann wächst du im Glauben. Dann wirst du geistig fit, weil du Dinge erlebst mit Gott. Und damit sind wir postwendend beim dritten Tool. Das dritte Tool, sehr klar, keine Angst vor Fehler. Das ist so wichtig, dieses Tool. Wir werden nämlich durch Training fit. Ich bin nicht als Weltmeister geboren worden. Welche Botschaft für die ganzen Weltmeister. Aber die wissen das nämlich auch ganz genau. Weil die haben jahrzehntelang trainiert, hart, nie aufgegeben, Rückschläge erleidet. Und dann kamen sie zum Ziel. Dann haben sie plötzlich diesen einen Tag erlebt, der alles verändert hat. Der ein 10-, 15-jähriges Training plötzlich sichtbar hat werden lassen. Durch Training werden wir fit. Die Beschäftigung mit den Lehren Jesus, das ist unser Training. Die lassen uns wachsen, indem wir uns mit dem Wort beschäftigen, mit Jesus beschäftigen, mit seiner Geschichte beschäftigen. Das, was schon passiert ist durch ihn in diesen ganzen 2000 Jahren. Dadurch werden wir heiß gemacht, um es mal so zu formulieren. Und merken, wow, da ist ja richtig Power drin. Ein Wort dazu. Hebräer 5, Vers 14. Die feste Speise ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Übung macht den Meister. Das steht nicht so in der Bibel. Aber hier steht es. Genau da steht es drin. Durch Übung werden meine Sinne geschärft, um unterscheiden zu können. Entscheiden zu können. Und wenn ich entscheiden kann, kann ich vorwärts gehen. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann bleibe ich stehen und denke mir, oh je, oh je, werde ängstlich. Und dann weiß ich noch mehr Entscheidungen und dann mache ich gar nichts mehr. Und dann sitze ich so da. Nein, ich muss mich trauen zu entscheiden und durch Übung werde ich lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sehr wichtig. Es ist die notwendige Ergänzung zur Praxis. Ich lese die Bibel und versuche danach zu leben. Aber eben, es passieren Fehler. Ich mache eine Fehlentscheidung. Ich werde nicht alles richtig machen. Es wird mir nicht alles gelingen. Ich werde richtig daneben langen. Ich habe schon öfters kräftig daneben gelangt. Es hat mich auch richtig was gekostet. Stolz, Geld und alles, was man so loslassen kann. Aber durch die regelmäßige Übung lerne ich, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch wieder ein Beispiel. In der Bibel steht, liebe deinen Nächsten. Ja, bei mir in meinem Lokal und auch später in meinem Leben und in Senegal, da gab es so viele Nächste in meinem Leben. Das war erstaunlich, wie viele Nächste da geben. Und die hatten alle Hunger. Ja, die Obdachlosen hatten Hunger, die hatten kein Heim. Die Straßenkinder hatten Hunger, die hatten alle Hunger. Also habe ich schon früh angefangen, in meinem Lokal den Obdachlosen Suppe zu geben. Und da kamen immer mehr. Weil die wussten, man kann dann regelmäßig Suppe in diesem Lokal essen. Aber dann hast du dein Ziel verfehlt, indem du keine Suppenküche gemacht hast, sondern das hättest du dann machen müssen, statt ein Restaurant. Es geht nicht, es funktioniert nicht. So ein Obdachloser hat auch manchmal einen kräftigen Geruch. Es mag nicht jeder. Und es passt nicht ins Restaurant. So, dann habe ich angefangen, die Suppe quasi eher den Leuten mitzugeben. Und dann erlebst du auch, dass der eine gar keine Suppe will oder ein Essen will. Er will eigentlich nur Cash, weil er das Cash für was anderes hernehmen kann. Du lernst. Du lernst, die Dinge richtig zu machen. Durch Übung. Unterscheidend. Aber du musst tun. Du wirst Fehler machen. Deswegen, Tool 4, eine tägliche Übung. Eine tägliche Übung. Jetzt kommt es sehr praktisch, um geistig fit zu werden. Ändere dich, ist die tägliche Übung. Bleib nicht beim Alten. Weil wenn du beim Alten bleibst, hast du dich nicht geändert. Welche große Erkenntnis heute Morgen. Nein, ändere dich. Das ist sehr entscheidend. Und das ist täglich. Und die Bibel ist sehr praktisch. Sie spricht davon, von Änderungsprozessen, Kleider ausziehen, Kleider anziehen. So funktioniert der Änderungsprozess. Tatsächlich. Anziehen, ausziehen. Ein guter Kleiderschrank. Hast du alte Klamotten, tu die regelmäßig raus. Sonst passen die Neuen nicht mehr rein. Haben wir alle schon festgestellt. Das muss einfach mal durchsortiert werden. Ehrlich. Sonst passt nichts Neues mehr rein. Und du hast auf der Leibung lauter Kleider, die dir nicht mehr sitzen. Und du schaust seltsam aus. Epheser 5, Vers 21. Hier der Vers. Hier ist das Ablegen der alten Kleider. Der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt. Der nach Gott geschaffen ist. In wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das alte Ablegen, was wir erkennen. Und das erkennen wir nicht am Anfang so einmal pauschal. Ich habe die Gebrauchsanweisung gelesen. Ja, dann weiß ich Bescheid. Wenn du mal so eine Gebrauchsanweisung gesehen hast. Dann weißt du, dass du das nicht mit einmal lesen begriffen hast. Sondern wirst du öfter schauen müssen. Und öfters feststellen müssen. War ja ganz verkehrt. Und dann musst du dich ändern. Sonst klappt es nicht. Und so ist es hier auch. Römer 13, 12. Lasst uns nun die Werke, und die Bibel ist deutlich, der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Weil unser Mensch ist geprägt. Und nicht alles, was wir in unserem Leben haben, ist gut. Sondern es gehört verändert. Es gehört das Neue angezogen, das du jetzt offenbart gekriegt hast. Lasst uns anständig wandeln. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen. Nicht in Unsucht, in Ausschweifung. Nicht in Streit und Eifersucht. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch. Das Begierdenwachwerden. Was ist denn damit gemeint? Ich verstehe das sehr gut mit diesen Begierden. Keine Vorsorge dafür treiben. Was heißt denn das? Als Kind war ich fernsehsüchtig. Damals gab es drei Programme. Erstes, zweites und die dritten. Und weil wir in der Nähe von Österreich gewohnt haben, gab es noch Österreich 1 und Österreich 2. Hattest du empfangen über die Grenze. Fünf Programme hatte ich. Und es war interessant. Ich habe meine Großeltern besucht, weil dort, die hatten einen großen Raum. Und da konnte man sich hinten hinstellen, während sie die Nachtfilme angeschaut haben. Bis in die Puppen. Und da habe ich mich mäuschenstill da hinten hingeguckt und habe zugeschaut. Konnte ich den Spätfilm nicht angucken, habe ich am nächsten Tag die Schule geschwänzt. Um dann im sogenannten Schichtarbeiterprogramm um 9.30 Uhr den Spätfilm anzuschauen, der dann ausgestrahlt worden ist. Unterschrift gefälscht, damit ich nicht in die Schule musste. Also das ist ja nicht zum Nacheinfunk empfehlen, dass wir uns nicht verstehen. Sondern das habe ich so gemacht. Aber das war grundverkehrt. Ich war richtig fernsehsüchtig. Das will ich damit sagen. Ganz extrem. Wie ich zum Glauben gekommen bin, da bin ich meine Fernsehsucht nicht losgeworden, indem ich mich verändert habe und damit umgehen konnte. Das wäre wünschenswert gewesen. Nein, das hat überhaupt nicht geklappt. Sondern ich musste den Fernseher loswerden. Das war der bessere Weg. Das hat bei mir gut funktioniert. War kein Fernseher da, gab es auch keine Vorsorge für meine Begierden, dass ich da gucke. Und zurechtkomme und so. Sondern ich musste den Fernseher loswerden. Seitdem bin ich Radiohörer primär. Leider zahle ich noch Rundfunkgebühren jetzt für den Fernseher. Ich bin da in Dauerclinch mit denen, weil ich ja den Fernseher nicht benutze. Aber gut. Ich lese Zeitung, bin nicht genauso gut informiert und höre Radio. Schlechte Gewohnheiten ablegen, brauchen also auch Schritte. Und brauchen manchmal auch Zeit. Und Veränderungen. Das ist es. Und nicht, ja ich schaffe das schon, ich komme damit zurecht und so. Nee, dann trenne dich mal lieber von was. Dann schaffst du es einfacher. Anstatt, dass das immer so da ist. Ich war früher auch ein starker Raucher. Also es ist nicht schlau, ein Päckchen Zigaretten zu Hause zu haben, um jeden Tag hinzuschauen und zu sagen, ach ich schaffe das, dass ich nicht rauche. Das klappt nicht. Wenn du es rauchenlos werden willst, dann wäre es schlau mal keine Zigaretten zu kaufen. Ist klar. Schlechte Gewohnheiten loszuwerden. Und jetzt machen wir es doch auch praktisch. Egoismus, Individualismus, Geiz, Lieblosigkeit. Das muss ich ablegen, das Alte. Und das lege ich ab, indem ich mich für das Neue interessiere und es anzeige. Und das Neue bedeutet, ich interessiere mich für den anderen, nicht nur für mich. Ich lebe nicht individuell, sondern ich versuche in Gemeinschaft mit jemandem, in Beziehung zu leben. Ich bin nicht geizig, sondern großzügig und spende. Ich bin nicht lieblos, sondern ich liebe. Und das Lieben ist etwas Praktisches. Das ist nicht, ja, man liebt dich und so. Nee, du musst dich in die Tat begeben. Und lieben mit Tat. Dann wirst du verändert und geistig fit. Da wirst du geistig fit. Ein Tool 5 noch, ein Gemeinschaft. Das ist ein super Tool. Sei Teil einer realen Gruppe und nicht einer digitalen. Das ist so einfach heute, Teil einer digitalen Gruppe zu sein. Da schauen die super aus, die Leute. Die sind immer perfekt. Wow, gell? Aber du erlebst sie ja gar nicht. Wenn du mal Teil einer realen Gruppe bist, dann siehst du ja, der ist ja gar nicht so gut drauf, der Typ. Und ich sage dir eins, such dir keine perfekte Gruppe. Weil ab dem Moment, wo du dazukommst, ist sie unperfekt. Ganz einfach, weil die gibt es nämlich gar nicht. Und es geht nicht um Perfektionismus, sondern um Liebe und gute Werke. Ein Vers dazu, Hebräer 10, 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannähen seht. In der Gruppe sind wir lebensfähig. Ganz einfach. Ich möchte noch ein Tool haben. Erinnere dich daran, dass Gott dich liebt. Er hat seinen Sohn gegeben für dich. So kostbar bist du. Und erinnere dich daran jeden Tag neu. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, 16. Deswegen heißt es in Hebräer 10, 22. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Die Herzen besprengt und damit vom bösen Gewissen gewaschen. In einer Beziehung wirst du immer Mist bauen. Und dein Gewissen ist belastet. Aber die Liebe fordert dich auf, komm zu mir. Wir regeln es, wir klären es, wir machen es glatt. Wir vergeben einander, wir versöhnen uns und es geht wieder neu von vorne los. Vom bösen Gewissen gereinigt. Frisch geht es wieder los. Und das letzte Tool ist, sage Dank. Loblieder singen. Hier heißt es im Psalm 50, 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Und ihn werde ich Gott sehen lassen. Das ist ein Tool. Danke zu sagen, Lieder zu singen. Den Herrn zu preisen für das, was er getan hat. Das hält dich geistig fit. Ich segne uns in diesem Trainingsprogramm. Amen.